Hallo und guten Abend. Ob Reifen flicken, Kette schmieren oder Sattel montieren, bei einem Projekt in Stuttgart lernen Jugendliche mit und ohne Behinderung, wie sie ihr Fahrrad in Schuss halten, um später gemeinsam auf Tour zu gehen. Aktion Mensch bedeutete für mich Miteinander. Die Idee, dass man eigentlich was zusammen machen kann, dass Unterschiede keine Rolle mehr spielen. Dass diese Unterschiede zwischen Behindert und Nichtbehindert einfach verschwinden. Radfahren, da entwickelt sich auch so ein Team, ein Team Geißen. Wenn eine Selbstverständlichkeit eintritt, das ist das Tolle dann, ja. Haben auch Sie eine Idee für ein kleines Projekt, das Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt, dann stellen Sie heute noch einen Antrag auf aktion-mensch.de. Und hier sind die Gewinnzahlen der Woche. Der Geldgewinn geht an die Losendziffern 6909524. Die Gewinnzahl für das Traumhaus lautet 3329788. Das Haushaltsgeld geht an die 8404442. Die Gewinnzahlen für die Sofortrente lauten 9677251 und 9415247. Der Supergewinn in Höhe von 2 Millionen Euro geht an die 0297372. Allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch. Und vielleicht sind Sie ja nächste Woche dabei. Lose gibt es bei allen Banken und Sparkassen und auf aktion-mensch.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.